Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, ich bin der Egon Zorn und grüßt euch recht herzlich zur neuesten Ausgabe von Let's Play Civilization 5 mit der Schweiz. Wir haben uns vorgearbeitet, wir stehen mehr oder weniger vor den Toren vor Paris, da geht einiges würde ich sagen. Monument, hast du da schon vorgearbeitet in Linz? Nein, wir werden jetzt keine Monumente bauen, wir brauchen Einheiten. Leider dauert das sehr sehr lange. Dann würde ich sagen, baue erstmal eine Kaserne und schau, dass du noch vielleicht ein bisschen wachsen kannst oder so, bevor du dann Einheiten produzierst. Bandit Stadtmauern, sehr gut. Marseille ist auch so eine Stadt, bei der ich einfach, bei der Hopfen und Malz verloren ist. Eine Werkstatt wäre jetzt zwar schön, aber nee, was kannst du denn bauen? Bau doch mal ein Arbeitsboot. Dann kannst du dich um die Fische herkümmern und noch ein bisschen wachsen, bevor es weitergeht. Dann in Troyes haben wir dasselbe Problem. Die Kaserne ist beendet, aber dauert einfach viel zu lange, viel zu lange. Lustig, dass sie jetzt alle gleichzeitig fertig geworden sind. Weißt du was? Bauen wir eine Artillerie, vielleicht sehen wir die sogar noch in diesem Spiel. Und der Weltkriegsbomber reduziert Schaden durch Abfangen um 50 Prozent. Abfangen ist eigentlich plus zwei Einsatzreichweite. Danach habe ich gesucht. Wunderbar. Da müsste er, da müssen die beiden theoretisch, er kann ja auch Paris erreichen. Ja wunderbar, wunderbar. Dann haben wir da ein Problem weniger und können diese Bomber auch für Paris später benutzen. Sogar mehrfach. In der Hoffnung, dass wir sie vielleicht irgendwann sogar mal zu richtigen Bombern upgraden können. Aber bis dorthin dauert es noch ein bisschen. Wir sind hier bei der Luftfahrt, dann kommt erst die Ballistik und dann das Radar. Das sind allein 25 Runden für die beiden und noch mal sechs Runden. 31 Runden bis wir soweit sind. Vielleicht, nee, großen Wissenschaftler werden wir so schnell nicht sehen. Ähm, passt aber schon. Passt aber schon. Okay, Einheit benötigt Befehle. Das ist klar. So, ziehen wir dich zurück. Oder lassen wir dich dort stehen, wo du jetzt stehst. Wenn wir dich zurückziehen, du machst erst mal, was du am besten kannst. Angreifen. Plus 15, Angreifen. Befreundete Einheit. Plus 25, Geländefeldmodifikator. Plus 15, Verteidigung, unwegsames Gelände. Verteidigung, aha. Er hier ist am leichtesten zu zerstören. Dann probieren wir das doch mal. Oder nicht? Wir meinen, die sollen ruhig kommen. Wir könnten uns eigentlich... Ich glaube, das machen wir auch. Wir ziehen uns hier zurück. Wir lassen sie kommen. Sollen sie ruhig an die Zitadelle dran und verlieren dort ihre ganzen Trefferpunkte. Ja, sieht doch gut aus. Du kannst hier niemanden angreifen. Dafür stehst du zu weit weg. Du kannst aber ihm hier eins auf den Decke geben und machst sie auch. Wir lassen unsere Flieger jetzt mal in Linz. Diese beiden mobilen Bodenluftraketen sind einfach zu stark und unsere Flieger sind auch angeschlagen. Da warten wir erst mal ab, bis hier weitergeht. Mach auch nichts. Wobei, du könntest hier angreifen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber mir gehen hier kein Risiko ein. Der große Admiral bleibt, wo er ist und der Weltkriegsbomber könnte niemanden angreifen. Schade. Ein bisschen Kampferfahrung mehr. Da bedarf es nicht mehr viel. Und dann kannst du auch das erweitern. Pass mal auf, kannst du nicht dieses Geländefeld bombardieren? Nein, das geht nicht mehr. Früher ging das bei Civilization 4, dass man Geländefelder hat mehr oder weniger zerstören können. Ähm, ich weiß was, dann geh nochmal, dann geh nochmal nach Linz. Hol dir dort die Erfahrung, die du brauchst. Und du bleibst hier und kümmert sich um Marineeinheiten, wenn es dann soweit ist. Fortify, Fortify. So. Ähm. Wir lugen nochmal hier nach Düsseldorf. Geht aber wieder ins zurück, damit wir nicht angegriffen werden. Die Infanterie haben wir gerade gekauft. Die ist bereit anzugreifen. Und ja, du machst auch nichts, ne? Nächste Runde. Nächste Runde habe ich gesagt. Jetzt aber. Ähm. Ne, da brauchst du nicht mehr heilen. Der eine Trefferpunkt, der macht den Bock auch nicht fett. Die Weltkriegsinfanterie hier. Hm. Mir Fortify war einmal, wenn Deutschland angreifen solle, können wir die immer noch upgraden zur richtigen Infanterie. Aber im Moment passt das so, wie es aussieht. Gegner in der Nähe. Ja, ja, ja. Ah, sie wasern. Das ist natürlich blöd, aber so ist halt dein Computer. Das meinte ich mit unserer einzigen Chance, unser einziger Vorteil liegt darin, dass wir das nicht machen werden. Ah, und ich sehe, da ist auch ein UFO, wollte ich schon sagen. Ein U-Boot. Ähm. Du gehst auch weiter zurück. Der Bomber. Kann der, kann der schon hier angreifen? Ja. Aber nicht, während er hier noch aktiv ist. Aber das haben wir gleich. Dich müssten wir eigentlich zerstört bekommen. Wo hat er überhaupt seine Infanterie jetzt hin? Die scheint weg zu sein. Und du nochmal. Also, vom Wasser aus dürfte es ihm nicht möglich sein, eigentlich zu schießen. Wir gehen trotzdem mal auf Nummer sicher. Und machen eine Luftraumsäuberung. Und tatsächlich, er kann doch nicht vom Wasser aus hier schießen, sag mal. Na gut. Hier hat er bestimmt drei Atombomben. Ja. Gut, dass er die nicht benutzt. Ähm. Ja, dann können wir mit unserem Bombern. Ja, welcher ist das, der noch die Erfahrung braucht? Der kann sich jetzt verdingern. Das bist du. Wunderbar. Das ist eine Unverschämtheit, dass wir hier überhaupt Trefferpunkte abgezogen bekommen. Aber sieht gut aus. Sechs Erfahrungspunkte. Hat das gereicht? Ah, nee. Vier sind's noch. Naja, nächste Runde dann. Ähm. Tue nichts. Oder greifst du schon mal Paris an? Na, wir warten noch. Wir bündeln uns verkraftet. Weil, wenn wir jetzt Paris angreifen, dann verlieren wir ja auch Trefferpunkte. Und die wollen wir schön zusammenhalten. So. Du kannst hier, dann geh mal hier hin. Dann sehen wir, dass da ein U-Boot ist. Dieses U-Boot. Ist mir ein Dorn im Auge. Wir werden unsere Schlachtschiffe jetzt mal hierhin schicken. Auch wenn sie dann angegriffen werden. Aber schon mal um diese Ecke da. Hallo. Eins zurück. Und drauf. Um diese Ecke da zu kontrollieren. Äh, in der Hoffnung, dass das auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm. Ja, hier hinten kann es natürlich nichts ausrichten. Aber ich sehe auch momentan kein Punkt auf der Karte, wo du gut aufgestellt wirst. Den großen General hätte ich gern natürlich hier oben. Ah, der kann sich hier verstecken. Ja. Und trotzdem noch seine Schuldigkeit tun. Ähm. Guck mal, geht das? Ich mein, das geht? Wir können mit Bombern U-Boote zerstören. Also. Wehren können sie sich immer nicht. Das wär's ja noch. Ja, der hat so eine Freude daran gefunden, dass er gar nicht mehr aufhört. Minus 30. Was? Minus 25? Wie soll denn ein U-Boot bitte einen Bomber zerstören? Also, Kinders. Ich hab schon viel gesehen in meinem Leben. Aber das noch nicht. Ja, aber dann können wir das U-Boot ja hier locker flockig zerstören. Das dürfte dann kein Problem sein. Und unsere Einheiten bekommen dann auch noch ein bisschen Erfahrung. Das ist sehr gut. Wie gesagt, ich hätte gern diese Erweiterung. Minus 15. Das ist okay. Ähm. Dass wir dann eben auch in der Lage sind, von Linz aus Paris anzugreifen. Und dann können wir von der See aus, von der Luft aus und zum Boden aus Paris angreifen. Ich sehe uns da gewinnen. Das U-Boot dreht total durch. Ähm. Mir ist vorhin aufgefallen, wie unglaublich paradox das er ist, dass wir mit der Schweizer Marine hier angreifen. Die Schweizer Marine hat ja eine unglaublich lange Tradition. Da sind Teile vom Bodensee, der Rhein zur Hälfte, paar Gebirgsflüsse, Gebirgseen. Da ist die Schweizer Marine unterwegs. Aber auch mehrere Flugzeugträger, wie ich gehört hab. 50 oder so. Sie nennen sie aber Flughäfen. So, genug gealbert. Äh, rumgealbert. Hier. Jetzt. Pass auf, Junge. Für dich ist hier Platz. Ja. Ich sehe da keinen Grund, nicht hier hinzugehen. Nächste Runde. Oho. Der erste Raumschiff-Booster. Nun denn, wenn er meint. Aber den muss er erstmal nach Paris bringen, um ihn dort zusammenbauen zu können. Und ich gehe nicht davon aus, dass er das so einfach schaffen wird. Minus 43 für einen Bomberangriff. Was ist denn das für ein Bomber, bitte? Ja, wir brauchen hier dringend so einen Flugabwehrgeschütz. Aber es dauert noch 15 Runden, bis wir überhaupt wissen, was ein Flugabwehrgeschütz ist. Heia, nein, noch mal. Ja, tot. Tot. Von Einheiten, die so... Boah. Das tut weh. Aber er scheint ja nicht ganz, ganz, ganz so viele zu haben. Oh, mir ist 24. Das sind wir im Vorteil. Wir haben noch mehr Energie. Das schaffen wir. Ist hier noch irgendwo... Ah ja, wir bauen noch eins. Einheitenbeförderung. Ja, Doppeltrill ist, glaube ich, besser. Doppeltrill ist am besten. Denn wir werden dieses Feld hier beschützen. Hier den Schlagabtausch weiter. Dann Altdorf baut uns natürlich Infanterie. Der Weltkriegsbomber. Heilt. Heilt. Drei Däger macht erstmal nichts. So wie ich das hier ist, sind die nicht mal angegriffen worden, ne? Das bedeutet, wir können... Paris angreifen. Greifen wir mit dir auch schon an oder geben wir hier eins rüber. Wir gehen mit euch allen eins, zwei rüber. Dann seid ihr aber so, so gut positioniert für diesen Angriff. Ähm, davor stellst du dich, um die zu schützen. Dasselbe gilt für dich. Ihr stellt euch hier dahinter. Wobei dann Salzburg angreifen kann. Dann war das erstmal hier. Ähm, welches machen wir da? Belagerung. Alt R. Schaffst du es bis nach Kuala Lumpur? Nein. So, ihr beiden sorgt dann später auch für Spaß. Oh, und da ist schon der Nächste. Na, machen wir wieder gegen Landeinheiten und Sichtweite, Fortbewegung. Auch gegen Landeinheiten. Okay. Die nächste Triple-Infanterie ist da. Der geben wir Deckung. Doppeldeckung. Wobei, ein amphibischen Marine-Infanteristen wäre auch nicht verkehrt. Dann können wir hier nämlich auch rüber und vom Meer aus angreifen. Die, äh, Perlen können wir noch plündern in der nächsten Runde. Der Dreidecker. Jetzt pass auf. Der Dreidecker schaut mal, ähm, nach der Luftraumsäuberung hier über Paris. Ich sagte. Er kann nicht so weit fliegen. Das ist blöd. Äh, 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 achso, ja, dann wissen wir ja nie, ob die Bomber hier in der Lage sind, das zu schaffen. Wie sieht es bei euch eigentlich aus? Luftraumsäuberung bis nach Paris? Nein. Luftraumsäuberung bis eins vor Paris? Auch nicht. Wie weit kannst du denn fliegen? Aha. Ha, so weit. Ähm, ja, dann mach das. Luftraumsäuberung hier. Keinerlei Widerstand. Okay, dann geht von Paris auch nichts aus. Dann können wir mit unseren beiden Bombern, die jetzt super weit fliegen können, schon mal Paris angreifen und schauen, wie effektiv sie sind. Er ist abgestürzt. Da, schau her. Unser Top-Bomber ist abgestürzt. Nein. Okay, die Bomber bringt schon mal nix. Oh, wow, 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 wow. Mehr Schlachtschiffe. Ähm. Mehr Infanterie. Und hier auch. Nein, 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 nein. One-Shot. Minus 5 nur. Ähm. Ja, die benutzen wir jetzt für Einheiten, ne? Würde ich behaupten wollen. Bleibt allemal in der Stadt. Du kommst. Was bist du ganz... Ach, nee, die werden wir Artillerie ausgewählt. Okay. Ähm. Einmal. Und du gehst hier in die Mitte. Ja. Ach, wenn wir nur irgendwie hier noch ein Feld hätten. Das wäre super. Von hier ging's auch. Probieren wir mal. Ähm. Der Großadmiral schlängelt sich dazu. Der Bomber macht nichts. Die Artillerie heilt. Heilt. Ja. Und dann schaut ihr beiden, dass ihr euch in der nächsten Runde endlich mal hier fertig erholt habt. Wir sind ja nicht im Urlaub, sondern im Krieg. Getötet. Was haben die denn bitte für, für Stadt... Für, äh, Stadt... Also, weißt du? Das gibt's doch nicht. So gehen wir Paris nie klein. Wie eins überlebt. Aber da kommen jetzt die nächsten Flieger bestimmt. Von... Von Klagenfurt. Ich glaub's ja nicht. Was soll... Was soll denn das für eine Reichweite sein? 50 Felder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... Elf Felder! Kein Mensch der Welt kann elf Felder weit fliegen. Doch! Ich kann's. Niemals. Sei ruhig, Lindberg. Ah, tata, 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 runde länger überleben zu können das hat als punkt gezählt weißt du was wir bauen hier eine zitadelle damit sind wir im freundlichen gebiet haben ein kampfbonus wir sind geschützt durch die zitadelle wieder das hat nur vorteile ich weiß dass wir jetzt auf dem bonus verzichten der uns der große general gewährt aber ich glaube dass die zitadelle einfach die bessere wahl ist hat sieht aus wie eine ampel hier so 55 gold wieder gemacht und dann wir sagen kauf mal wieder ein paar einheiten und zwar artillerie brauchen wir in linz auch normal aber da muss erst er hier raus und bevor er angreift schwingen wir unsere flieger noch mal hin einer hat genug erfahrung sperrfeuer gegen städte und verteidigung und wiederum auf paris unsere schiffe hier werden gar nicht mehr angegriffen sehr gut allein dass wir schon vor den toren paris stehen vor den toren von paris und das bombardieren ist schon also ein großer erfolg möchte ich behaupten so der bomber pass mal auf du kannst das tatsächlich machen wir können auch den raumschiff booster hier zerstören aber da mal kein interesse dran weil das dauert eh noch bis er hier mit den boostern jemals machen kann was wollte ich machen ich wollte die luftraumsäuberung durchführung sicher ist sicher okay wer kriegsbomber da gibt es bessere da haben wir nämlich welche die gegen landeinheiten spezialisiert sind da seid ihr beide doch gut dass man die landeinheiten gewählt haben wir könnten theoretisch glaube ich mit ihm hier wenn er noch vorbewegungspunkte hätte sogar den hier abknallen abknallen was für den vokabular ich schon benutze der krieg bringt nur das schlimme im menschen zum vorschein aber kannst du nicht hierhin nee kannst du hierhin ja du kannst aber auch hierhin du mal hierhin klaut du den bauarbeiter der großadmiral bleibt an ort und stelle der weltkriegsbomber geht auch nach linz wenn armeen irgendwo rumschlawinern dann dort in linz wir können euch ja eh nicht mehr dafür benutzen paris zu bombardieren weil ihr dann mit einem schuss getötet werdet jetzt haben wir einen jäger und drei atombomben bin gespannt ob und wann er die atombombe einsetzt ich kann mir vorstellen dass er das schon macht wenn paris untergeht wenn er sieht dass er da verliert ich bin gespannt ich bin gespannt plus 20 plus eier ist ja auch noch gut dass wir jetzt innerhalb unseres eigenen landes auch heilen viel besser heilen wenn man nix machen und ich würde vorschlagen dass du später hier mal verschwindet wenn es überlebt wenn du es überlebt naja aber wenn sie jede runde also wenn sie nur alle zwei runden eine artillerie zerstören können dann stehen wir ganz gut da würde ich behaupten wollen wir brauchen noch mehr artillerie die kaufen wir uns hier ist gar kein problem aber das müssen wir hinbekommen minus 52 aber ihr habt ihr bekommt zwar einiges ab aber eure funktion ist eben die artillerie hier zu beschützen und ihr überlebt es sogar sehr gut ich hoffe mal einheiten beförderung stimmt zur vorteilung auch sehr gut so da hat sich ein großer general zu uns verirrt das gefällt das gefällt dann dreidegger luftraum säuberung hier kein problem sehr schön zwei angriffe pro runde das macht sich sozusagen zum zweiten gibt es denn nicht etwas plus 1 reichweite versorgung ne 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 plus 1 reichweite ja vielleicht brauchen wir irgendwann und paris erholt sich nicht so schnell wie wir es bombardieren super nice so das panzer schiff lassen wir mal hier hinten in der runde in der wir dann einmarschieren wollen können wir das ja dann hier benutzen und er sei gestorben okay da gibt es schlimmeres dann ich sehe hier in mein gesicht die zwei augen nase mund jetzt wo ihr es auch gesehen habt werde sie jetzt nie wieder vergessen können gibt es hier denn nein ich würde schon gern wo das kaufen wo es auch eine kaserne gibt sehr schön für das dass du so klein bist das aber viel zeug hier artillerie wunderbar und du bekommst wir brauchen zwei kauf ein waffenkammer 430 da kauf ich lieber noch mehr artillerie tour wie sieht das bei dir aus monument schreienmarkt griffsgebäude marseille auch keine kaserne da kauf mal wieder ein altdorf wobei da dauert es ja noch fünf runden das können wir uns eigentlich nicht erlauben fünf runden 5 mal düsseldorf einfach so zum spaß sehr gut er kann auch zweimal die runde angreifen und macht das sofort die reichweiten erweiterung bringt ja nichts erstmal zieht das paris viel zu wenig ab zweitens stirbt er und sehr gut jetzt haben wir noch mehr und wir können mit jedem bomber noch mal reicht hier die reichweite nicht schade für ihn reicht es nicht wir bombardieren weiter paris mit euch das ist klar da gibt es nichts du bist hier rein ja wir kaufen den linds jetzt halt die die artillerie auch wenn sie nicht befördert wird aber muss jetzt sein dann gibt es sonst keine einheiten mehr die uns irgendwie gefährlich werden könnten sehr gut da war ja mal nicht drauf rein ihn uns zu schnappen mit dir gehen wir mal hier rein ja und du nimmst seine stelle ein du gehst was weiß ich hier zurück bautrupp automaten der welt ist bomber hat leider keine aufgabe ne ja da muss erwarten er auch bis irgendwas in reichweite ist der dreidecker jetzt abfangen abfangen bomber für dich ist hier platz nächste runde schlachtschiff 3 3 3 3 3 ja und ja da geht nicht viel hier kannst du auch nicht ah dann gehen wir hin nächste runde ich bedanke mich für zuschauen freue mich darauf euch nächste runde begrüßen zu dürfen wenn wir weiter schritt für schritt bodengut machen Richtung paris atombomben einnehmen eine Raumschifffabrik wahrscheinlich vorfinden und uns sagen wo gegen die haben wir gewonnen krasser scheiß und dann machen wir so high five und brofest und und dann geht es uns gut aber bevor wir hier schluss machen schauen wir es natürlich noch an mit wem es hier zu tun was hat er denn jetzt vor wen greift er denn bitte an ach ihn hier schon wieder Artillerie ja sehr gut dass wir hier auf abfahren geschaltet haben da haben sie nämlich jetzt einiges zu tun vielleicht schafft man sogar den ein oder anderen komplett zu zerstören zumindest scheint es so als ob sie nicht allzu viel Schaden anrichten können ach schade schon wieder eine Artillerie verloren Übersicht hoch spielt er zu bern heißt trotzdem 24 18 r nur ja 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 sogar die zielauf von bei dem ist keine gute idee aber das cook gegen jayging dich dort ich kann mir noch erigkeiten erinnern das Jäger verloren und das schlachtschiff hatte vielleicht ein punkt abgezogen bekommen Aber diese Zeiten sind vorbei. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.